Heyo Leute und herzlich willkommen zu VARO Folge 15 mit dem Skate! Hallöchen, liebe Leute. Oh man ey, wir sind so mega nervös, weil es ist eine besondere Aufnahme. Was ist denn los, warum ist denn was besonderes? Und warum geht da... Okay, jetzt auf den Server, auf den Server, jetzt 3, 2, 1, drauf. Okay, bin drauf, bin drauf. Ähm, ja, guckt euch das mal an, wir haben wieder mal ein erster Folgestyle. Scheiße, Alter! Alter, ich krieg ja eine OMG! Alter! Das ist die alte Menz, ey! Alter! Lass uns bitte einfach eine Folge irgendwo einbauen. Ey, Alter! Für eine Folge, ich möchte es, ich möchte es... Junge! Ey, wo lang? Wo lang? Äh, warte. Lass wir eine Sache machen. Du willst sie wirklich einbauen? Nein, ich möchte gucken, ob wir irgendeine Spiele in der Nähe haben. Ja, ich komm jetzt mit rein. Alter! Wollen wir vielleicht mal erklären... WTF? Was passiert hier gerade? Alter! Übrigens, wisst ihr wie aufwendig dieser Fake war, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Alter, das ist kein Fake, ne? Boah! Und die Skype kommt, wir haben Auslass, Alter! Es sind jetzt 30 Leute auf dem Server! Boah! Ich möchte eigentlich mich gar nicht bewegen. Ich möchte eigentlich nur hier stehen bleiben, gucken, ob jemand vorbeikommt, ihm dann kurz Hallo sagen und dann ganz schnell weglaufen, ey! Alter, die Kacke, Mann! Das ist... Ich hab eigentlich... Ich hab gar keine... Ich hab das Bedürfnis zu weinen, Alter! Das ist... Das ist schlimmer als die erste Folge! Das ist echt schlimmer, Mann! Weißt du, wir haben über 15 Folgen Pläne geschmiedet, Pläne verloren, aber überlebt und dann kommen 30 Leute, die dich potenziell wegficken können, Mann! Komm, lass mal rausgucken! Hallo? Hallo! Das warst du! Alter, erschrecklich! Hahaha! Das ist der Haarmacke! Alter, das ist abnormal! Ernsthaft! Abnormal! Auf jeden Fall zusammenbleiben! Ja! Das ist echt... Das ist wichtig! Wollen wir einfach in den Wald hier gehen? Nein, nicht in den Wälder, aber lass uns dorthin gehen, wo wir wissen, dass Unge hin ist! Den wollen wir immer noch ein bisschen verfolgen vielleicht! Die sind da hinten, glaube ich! Immer umgucken! Immer zusammen umgucken! Alter! Verdammt! Ich glaube, ich baue mir ein Makro, das automatisch die Shift-Taste für mich hält! Ja, ich habe gerade so Schiss, Mann! Das ist abnormal! Ich finde, wie es bei den anderen in den Folgen ist! Ey! Das ist genauso schlimm wie Folge 1, muss ich ehrlich gesagt sagen! Ich habe dieses Feeling, meine Hände sind übel schwitzig! Ich nicht! Ich frage mich nur, wann wir sterben werden! Ja, das frage ich mich auch! Alter, es ist abnormal! Wirklich! Oh Gott! Ne? Also, Leute! Ihr müsst verstehen! Wir wollen für die Gamescom vorproduzieren und damit Waro keine Pause hat und damit alle dieselben Voraussetzungen haben, produzieren wir Waro jetzt vor! Alle 30 Leute! Gleichzeitig! Ja! Ähm, wo ist denn... Wir sind doch keiner tot! Langweilig! Warte mal! Wo haben wir uns denn rausgebaut? Ähm... Dann könnten wir nämlich mal da langlaufen, wo die auch langgelaufen sind! Lass mal auf den Berg gehen! Vielleicht ziehen! Ich möchte jetzt halt nicht der Erste, der in dieser Massenaufnahme stirbt sein! Ja! Weil der Erste tot ist! Alter, da war eine Kuh! Ich habe mich zu Tode erschreckt gerade! Es ist ekelhaft! Wirklich! Wer hätte diese Idee mit der Massenaufnahme? Jeder! Aber trotzdem! Das ist gerade so unglaublich kacke, Mann! Das ist ekelig! Hau da! Du willst sterben! Das ist ekelig! Ich mach mir in die Hose! Wir können nicht mehr! Wir sind gerade mal ein paar Meter gelaufen! Ja! Ich möchte gar nicht laufen, Alter! Ich möchte einfach nur hier stehen bleiben! Die nächsten 10 Folgen! Was? Hast du gerade irgendwas gemacht? Nein! Ach, das ist die Kuh, die schnauft! Ach, du kacke! Es tut mir so leid! Doppel S! Es geht gleich da hoch auf den Berg! Ganz hoch dahinter! Ja! Lass uns echt! Lass uns irgendwie einen Thron be- Alter! Ja, komm, komm, komm! Ja, okay! Wir dürfen auch mal ein bisschen laufen! Komm jetzt einfach! Ja, Jolo! Ja, komm! Alles easy! Bombe bei B! Ne, ne! Kein Counter-Strike-Talk und so! Oh Gott! Die letzten, die hier angefangen haben, Minecraft mit Counter-Strike und Noll zu verwechseln, sind in der ersten Runde von Cheater getötet worden! Alter! Oh Mann! Ich zitter so gerade! Das ist schlimmer als die erste Folge! Ja, es ist halt echt! Wo bist du? Du bist wieder schon woanders hingelaufen! Ich bin ganz hoch auf den Berg! Ja gut, ich nicht! Auf den höchsten, höchsten Gipfel hier! Hä? Wo denn? Ich seh dich wieder nicht! Ganz oben! Es gibt hier mehrere ganz oben! Das ist nicht injektiv! Ja, den höchsten Berg, den du siehst! Du bist da hinten! Du bist ganz da hinten, Skate! Ich geh jetzt da drüben hin! Warte! Ja, da komm ich jetzt auch hin! Da sieht man mehr! Oh kacke, man! Skate, wir müssen uns jetzt erstmal wiederfinden! Ja, du bist weggelaufen! Warte mal! Siehst du mich? Oh, da ist ein Ungern-Felsen! Da ist ein Ungern-Felsen! Was? Wo? Wo bist du? Nein, nirgends! Ich hab dich verarscht! Oh, du bist so ein Scheiß-Wichser! Wo bist du? Ich seh jemanden! Ah, das bist du! Cool! Bist du ein bisschen erschrocken? Da ist jemand verbrannt! Echt ist? Ja, aber... Da kann niemand sein, den hätten wir gesehen! Ey, das ist irgendwie voll das crazy... Da unten stehen Workbench und Ofen! Was? Wo? Da unten! Wo unten? Am Gebirgsrand! Hä? Ah, da ja! Da hinten! Ja, ja, ich seh's! Die hat wohl jemand da zurückgelassen! Ah, scheiße! Jetzt muss ich auf einmal kacken, gell? Ja, das ist schlimm! Vor allem, weil die nächsten Folgen einfach genauso wie diese hier sein werden! Die nächsten... Ja! Einfach bis zu unserem Tod wahrscheinlich! Höchstwahrscheinlich! Lass mal ein paar Kühe mitnehmen, damit wir ein bisschen was zu essen haben! Ich hab noch genug zu essen! Da hinten ist ein Creeper! Ich nicht! Ich muss das Kühe mitnehmen! So weit da hinten ein Creeper! Ich hör jetzt auf zu sneaken! Wer uns jetzt rapen will, der rapet uns bitte! Einfach immer beieinander bleiben! Jetzt nach links! Schlimmer als die erste Folge! Es ist echt abgefahren! Aber ich muss echt sagen, stellt euch mal vor, es gäbe Projekte, die wirklich die ganze Zeit so wären wie dieses hier! Also gibt's ja auch, zum Beispiel Ultra Hardcore ist ja genauso gebaut! Das ist ein viel größerer Adrenalin-Kitzel noch, als wenn du nur die ersten 10 Sekunden deiner Folge Angst haben musst, dass du gleich gesnipet wirst! Wir können einfach jederzeit von überall der Tod auf uns kommen und wir können nichts dagegen tun! Oh Gott, ey! Ich bin... Leute... Wie war das? Man muss Wasser setzen, so, und dann muss man die Kuh töten, ne? Und dann? Hat nicht funktioniert! Dann kriegt man irgendwie gebratenes Fleisch, hab ich gehört! Ach du Idiot! Okay, lass mal zu den Öfen gehen, oder? Ja, komm doch einfach mal gucken, ey! Wie sich keiner irgendwie drauf traut oder so! Ja, ich wette, dass irgendjemand auch in der Mitte ist! Mich wundert's echt, dass noch keiner gestorben ist! Ja, also mich wundert's, dass es noch keinen Kampf gab oder sowas! Ja, ich meine, hallo, die Wahrscheinlichkeit, hier auf jemanden zu treffen... Wahrscheinlich haben die sich alle eingebaut! Ich meine, mit jeder Runde, wo wir nicht fahren und verlieren, lassen wir doch gerade auslaufen und diese Kühe da noch töten! Bin hinter dir, da hinten ist ein Skelett! Hm... Dass hier noch Mobs gespawnt? Also, dass die Chunks hier geladen sind, ne? Oh! Hühnchen nehme ich gern mit! Ja! Wieder keine Fehler gegeben! Oh Gott! Ich zitter, Mann! Ich zitter, Mann! Scheiße, ey! Aber die Kühe finde ich schon toll, so! Alle AFK! Nervend aufrei! Könnte man echt mal! Hier sind ein Skelett mit verzaubernden Bogen! Nice! Ich muss gucken, dass ich mein Schwert nicht so strapaziere! Ah, das ist leider nicht getroffen! Bist du? Ja, hier, direkt vor dir! Ey, lass einfach zusammenbleiben, ey! Mit dir an deiner Seite fühle ich mich so sicher! Also, ich fühle mich mit dir an meiner Seite leider überhaupt nicht sicher! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Platzier mal den Enchantment Table! Schnell! Achso, stimmt! Du musst ja noch deinen... Ja! Hä? Ich hab keinen Enchantment Table! Wo ist das? Warte mal! Ähm, sag! Und jetzt kommt einfach einer eingesprintet! Sehr schön! Hast du alles? Kann ich? Jo, hab wieder alles! Oh, noch Diamantsbrust auf Sprott 1! Ja! Äh... Passt du ein bisschen auf mich auf, so? Ja, ja, ja! Was machst du jetzt? Fleischbraten! Weil ich echt das Gefühl hab, dass wir es brauchen! Oh, Mann! Ich bin so mega nervös! Ach, das geht eigentlich noch voll! Also, ich dachte, ich wär jetzt viel nervöser! Eigentlich ist das schon halb gewonnen, wenn wir einfach... Wieso stirbt hier keiner, ey? Nee! Das ist echt... Echt krass, ne? Ich hätte erwartet, dass es wirklich Kill-Nachrichten hagelt! Eigentlich schon! Ja, sonst fangen wir gleich an, einfach durch die Gegend zu laufen, sobald es breit... Also, ich hab halt nicht mehr so viel zu essen, deswegen war ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber... Wollen wir jetzt einfach... Wollen wir YOLO machen? Ja, wir laufen jetzt durch die Gegend, Leute! Ihr habt auch kein... Aber nicht zur Mitte, oder? Nee, nicht zur Mitte, aber wir laufen so durch die Gegend! Hallo, hier hat niemanden Gewinn davon, wenn wir jetzt noch 5 Folgen farmen! Wir werden dadurch nicht wesentlich besser, wir werden nur weggesnipet in unseren eigenen Farm-Gang! Und das ist auch nicht spannend! Skate, wir sind unter der Top 30! Ja, wir sind die bessere Hälfte! Das hab ich noch nie gehabt! Ey, cool! Wir warten jetzt, bis das alles gebraten ist! Passt du auf mich auf, bitte! Okay, ja, ich bin hinter dir! Weißt du, es ist echt... Scheiß drauf, Alter! Komm mal mit, lass mal hier lang... Oh, warte! Nee, da ist keiner! Oh Gott! Komm, lass mal hier lang gehen! Auf den Boden gucken vielleicht! Ja, lass... Für einen Enderman! Für dich eine Enderperle wäre vielleicht auch nicht schlecht! Ja, vielleicht! Okay, hier hinten ist noch mehr Wald! Welche Richtung laufen wir denn gerade? Ah, in Richtung... Ja! In Richtung Wand! Ja, ja, lass einfach mal laufen! Ja, du dürfst halt unser Fleisch nicht vergessen! Ach so! Oh! Das hast du ja noch da hinten! Sicher alle Unsichtbarkeits... Oh! Warte! Ist es ein... Irgendwas denn? Was ist es da hinten? Eine Goldrüstung? Ein Skelett oder ein Zombie? Hat einer von Zauber! Guck, da hinten! Sehst du das auch? Ja, aber das ist kein Spieler! Alter, weißt du, was wir machen müssten, ne? Armor Stands! Mit Rüstung anziehen! Das hätte echt super Stil! Es wäre sogar 1,8! Wir könnten das sogar machen! Ja, komm! Alter, wie das... Wie das die Leute erschrecken würde! Hahaha! Ich hab ja noch genug Eisen! Ja, wir können auch nochmal versuchen, den Kürbis zu finden, weil... Vielleicht können wir es doch hinbekommen, dass wir den Golem noch spawnen! Das fände ich cool! Nein, das schaffen wir nicht! Bist du hinter mir? Ja! Alter, ich fühl mich richtig dämlich, dass ich das mit der Goldhose nicht gewusst habe, aber... Ich lerne jedes Varro mehr! In Varro 2 wusste ich nicht mal, wie man es machen muss, dass man... So! Hui! Oh Mann! Alter! Hast du dir das ganze Essen, obwohl du schon Essen hast? Ja, warte hier! Aber ich habe es auch genug! Ne, ne, ich habe genug! Ich habe genug! Holy Shit, Mann! Wir könnten noch ein Buch machen oder so und das verzaubern und gucken, ob wir irgendwas mal rauskriegen! Ja, vielleicht was Nettes, was Hübsches, was mit Schleifen und so! Komm, ich habe eine World Bench! Ach komm, das ist nicht relevant! Ah, ne! Was soll wir denn wirklich drauf bekommen, so? Ja, deswegen einfach, weil jetzt nichts Besonderes mehr ist! Ja, gut, machen wir! Ich mache mir noch ein Eisenschwert! Aber immer einer gucken, ne? Ja, ja, ich... So wie jetzt zum Beispiel gerade nicht! Weil jetzt crafte ich und du und da könnte sich jetzt jemand anschleichen und uns töten, das wäre dann doof! Ja, stell mal Enchantment Table auf! Hab ich nicht! Ja! Wenn du Fire Aspects bekommen würdest oder so! Ah, ich habe es mit Schutz verzaubert, jetzt stelle ich einen Ambus auf! Da könntest du Schutz 2 auf deine Tests machen, das wäre nice! Ja, eben! Noch irgendwie aufgewertet! So, warte mal! Nice! Okay, ich habe Schutz 2 auf den Brustpanzer! Ja, nice! Einfach so, Yolo! Hast du noch? Oder guck mal, ob du Sharpness da drauf bekommst in irgendeinem Enchantment! Okay! Äh, nicht Sharpness, sondern Fire Aspect! Schärfe, Schärfe! Ne, Haltbarkeit! Schade! Ja gut! Ja gut, wir könnten jetzt auch versuchen, uns noch Sharpness 5 Bücher nebenher zu machen! Ich meine, da passiert ja jetzt nicht mehr so viel! Ja, ich habe nur noch 3 Level! Schärfe! Aber ich habe 9, aber ich kriege keine Schärfe drauf! Warte mal! Ich crafte mir mal, äh, jetzt ne, ähm... Ja, wahrscheinlich sind die Leute einfach direkt unter die Erde! Damit sie bloß nicht sterben! Ja! Ich könnte noch irgendwie Eisenrüstung, mir einen Schutz 2 Helm machen oder sowas, oder Schutz 2 Hose! Warte mal! Ich mache jetzt einfach mal! Kein Plan! Ich hätte gerne auch mal ein Buch, wenn du noch eins über hast! Warte, ich kann ja... Ich habe noch Sexschilf! Aha! Geht nur auf Schutz sicher! Warte mal! Ähm, verzauber mir mal die Hose auf Schutz 1! Dann passt du auf, dass hier kein böser Bub in der Nähe lautet! Du musst mir übrigens kein Lapis hinschmeißen, habe ich selbst! Boah, kostet mir jetzt 3 Level! Hast du die klappt? Ja, hier! Zack! Okay, danke! Dann, äh, das noch rein! Und das da rein! So! Wieso, hast du eigentlich... Wieso trägst du immer noch Redstone mit dir rum? So, Schutz 2 Eisenhose! Läuft! Passt du bitte wieder auf! Ich mache jetzt gleich ein Buch dann für dich! Oh, scheiß drauf! Was? Achso, du machst ein Buch? Okay, dann warte ich noch! Passt du kurz wieder an? Ne, ja, ich hätte jetzt noch gewartet, warte! So, also ich kann noch, ähm, dieses Buch und noch eins machen! Okay, dann ist gut! Dann versuche ich jetzt irgendwie... Ich guck jetzt mal! Irgendwie noch vielleicht ein Power 3-Bogen! Wasser Affinität, Effizienz, Effizienz! Ne, ich werfe dir mal das Buch hin, hier! Vielleicht kannst du was bessere! Pass auf! Ja, pass auf! Wir müssen echt aufpassen, wie die Berserker jetzt! Power! Oh, Power! Ja, perfekt! Genau das, was ich haben will! Hast du jetzt Power 2-Bogen? Hm, ich habe schon Power 2-Bogen! Ich brauche noch einen Power und dann könnte ich mir Power 3-Bogen machen! Nice! Oder wir suchen jetzt Strings! Oh, krass! Schnell! Lass den Scheiß einsammeln! Ja, warte! Bevor hier andere Leute auf dumme Ideen kommen! So! Keiner gestorben, ey! Ey, was für eine langweilige... Aber es war viel spannender irgendwie so, ne? Krass! Oh Mann, ey! Das war also die erste Folge! Das war irgendwie ein bisschen komisch jetzt! Oh, Leute! Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns bewerten! Und wir zittern jetzt weiter, denn es geht direkt im Anschluss bei uns weiter! Ciao! Ciao!